Liebe Neurhandenburgerinnen, liebe Neurhandenburger, gestern fanden die Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Landtag Mecklenburg-Vorpommern statt. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und mich bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern bedanken, die teilweise bis tief in die Nacht die Stimmen ausgezählt haben und dafür gesorgt haben, dass wir die Wahl so problemlos absolvieren konnten. Herzlichen Glückwunsch an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die ein Mandat erringen konnten und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne der Stadt Neurhandenburg in Schwerin und in Berlin. Vielen Dank!